Herzlich Willkommen zurück hier auf meinem Kanal, mein Name ist Nick Gegelner und wir sprechen jetzt darüber, wie ich es geschafft habe, keine Angst mehr vor Niederlagen zu haben. Mensch, es ist ein Thema, was viele Menschen sehr berührt, weil ich jeden Tag mit Menschen rede, die große Träume und große Ziele haben, aber die meistens mit ins Grab nehmen. Warum? Naja, weil sie verfolgen die diese nicht, weil sie einfach Angst davor haben, fehlzuschlagen. Sie haben Angst davor, Niederlagen zu erleiden und sie haben Angst davor, was andere von ihnen denken könnten und so weiter und so fort. Und mit diesem Video möchte ich ein bisschen aufklären, wie ich es geschafft habe, da drauf zu scheißen, weil ich vor allem ein Umfeld hatte bei mir, was mich tatsächlich zurückgehalten hatte. Also ich war einfach in einem Umfeld gewesen auch, wo Menschen nicht daran geglaubt haben, dass ich mal erfolgreich werden werde, dass ich mal viel Geld verdienen werde, dass ich mal irgendwann in einem Penthouse lebe, dass ich die Welt bereisen kann und das auch über so einen langen Zeitraum jetzt schon und das war ein harter Schritt, den zu gehen. Vor allem, weil alle dachten, ich werde verlieren und teilweise das sogar gewünscht haben, dass ich verlieren werde. Und vielen Menschen geht es da draußen genauso. Fakt ist aber folgendes, alles passiert nur in deinem Kopf, alles passiert nur in deinem Bewusstseinszustand. Die Sache ist die, stell dir mal Folgendes vor. Nehmen wir mal an, Person A denkt, du bist ein Loser. Person B denkt, du bist ein Gewinner. Und jetzt bist du, sagen wir mal, Person C. Und selber weißt du, dass Person A denkt, du bist ein Loser. Okay, du weißt es. Person A denkt, du bist ein Loser. Wie fühlst du dich? Wahrscheinlich wie ein Loser jetzt, weil du denkst, Person A denkt, du bist ein Loser. Was du nicht weißt, ist, dass Person B denkt, du bist ein Gewinner. Was würde jetzt passieren, wenn du wüsstest, dass Person B denkt, du bist ein Gewinner? Würdest du dich auf einmal neutral fühlen, weil einer denkt, du bist ein Loser und der andere denkt, du bist ein Gewinner? Oder würdest du dich auf einmal wie ein Gewinner fühlen? Was wäre, wenn jetzt noch Person D dazukommt und Person D denkt, auch du bist ein Loser? Dann würden zwei denken, du bist ein Loser und einer würde denken, du bist ein Gewinner. Was bist du jetzt? Ein Gewinner oder ein Loser? Weißt du was? Es ist völlig scheißegal, was andere Leute denken. Und genau das ist das Problem. Weil dieses einfache Beispiel zeigt jedoch, dass jeder Einzelne da draußen seinen Gefühlszustand und auch seinen Reaktionszustand, das heißt, was er konkret macht, machen möchte oder auch nicht davon abhängig macht, ob jemand denkt, ob du gut bist, toll bist oder nicht. Und das ist völlig egal, weil der einzige Mensch, der daran glauben muss, dass er gut genug ist und dass er etwas schaffen kann, bist du selber. Was alle anderen denken, ist völlig irrelevant. Weil egal, ob du es weißt oder ob du es nicht weißt, es verändert nichts an dem, wie du dich fühlst oder fühlen solltest. Das heißt also, im besten Fall weißt du natürlich nicht, dass tausend Leute dir das scheitern oder sonst was wünschen, weil dann du diesen Input nicht kriegst und du nicht darüber nachdenken musst. Aber selbst wenn das der Fall ist, kann und darf es nichts an deinem Leben ändern und an deinen Entscheidungen ändern, was diese Menschen von dir denken oder was diese Menschen von dir halten. Das heißt, das Erste, was ich gemacht habe, ist es, mich von allen Menschen und allen Quellen zu trennen und zu distanzieren, die negativ mir gegenüber eingestellt waren, die mir Schlechtes gewünscht haben oder mir nichts gegönnt haben, die Zweifel in mir ausgelöst haben oder auslösen wollten und die sich einfach auch im Status angegriffen gefühlt haben dadurch, dass ich tatsächlich jetzt einen Weg nach oben gehe. Und genau das ist der Punkt. Der Grund, warum Menschen denken, dass du, also warum Menschen anfangen, dich vielleicht zu haten oder irgendwie dir ihre Meinung aufdrücken, ist der, dass sie Angst davor haben, dass du im Status an ihnen vorbeiziehst, an deinem inneren und äußeren Status, dass du erfolgreicher, größer, besser, schöner, toller wirst als sie. Und das wollen sie nicht und deshalb wollen sie dich klein halten, weil wenn du mit deinem Status an ihnen vorbeiziehst, dann sind sie ja wieder schlechter als du. Zumindest denken sie das, aber genau das ist ja die Gedankenfalle, die passiert. Immer diese Statuskämpfe. Und deshalb sind alle so vernarrt danach, erfolgreich auszusehen, reich auszusehen, statt erfolgreich zu sein und Reichtum und Vermögen aufzubauen. So, und Fakt ist folgendes, wenn ich mir meine Social Media Präsenz jetzt angucke, wie aktiv ich auf Instagram bin, Facebook oder sonst wo, dann ist es nichts im Vergleich zu damals. Zu den Zeiten, wo ich meine 5.000 bis 10.000 Euro verdient habe, habe ich jeden Tag gepostet, sah und hörte mich tausendmal erfolgreicher an, eher als wäre ich schon Millionär. Auf Social Media, obwohl das nicht der Fall war, während ich jetzt kaum was poste, kaum aktiv bin irgendwo, einfach ganz entspannt mein Ding mache, mein Circle klein halte, nicht mit vielen Leuten zu tun habe, außer natürlich meinen Kunden und sonst was. Aber alles bedacht dann, nicht so wie früher, nichts rum posaune, es wird nicht mehr irgendein Video gemacht, wenn ein neues Auto kommt oder wenn man sich irgendwie was Neues gönnt. Es wird auch nicht tausendmal rum erzählt, wie viel Geld man jetzt im Monat verdient oder sonst irgendwas, weil es mir einfach egal geworden ist, weil es mich nicht interessiert, was andere davon halten oder denken konkret. Und seitdem bin ich faktisch signifikant erfolgreicher, verdiene viel mehr Geld und fühle mich tausendmal besser als zuvor. Das heißt also, das, was auf Social Media gezeigt, gemacht, getan wird, hat nichts mit der Realität zu tun. Und jetzt gibt es wahrscheinlich Leute, die fragen sich, ist der Nick überhaupt noch so erfolgreich? Läuft es überhaupt noch so gut bei ihm? Aber nur deshalb, weil die sich fragen, warum ist der nicht mehr so aktiv? Weil die denken sich, der würde doch jeden Tag Storys machen und jeden Tag von seinem Fame und seinem Reichtum und allem, was er hat, den ganzen Tag zeigen und rumposaunen, wenn es da wäre. Und wenn er es nicht tut, dann hat er es nicht. Aber das ist die Art und Weise, wie sie denken und wie die meisten da draußen denken, was halt nichts mit der Wahrheit, nichts mit der Realität zu tun hat. Und vor allem ist ja die Frage, warum zum Teufel stellst du dir überhaupt solche Fragen über andere Leute? Kümmere dich doch um dein eigenes Leben. Kehr vor deine eigenen Haustür erstmal und mach dein eigenes Ding. Und wenn du mit dir d'accord bist, wenn du an dich glaubst, dir selber vertraust und völlig cool bist mit dir, dann kann es dir egal sein, was andere von dir denken, wer im Status höher oder wer im Status niedriger ist. Und es ist ein reiner Urinstinkt, dass wir Menschen uns generell bedroht fühlen von Menschen, die im Status höher sind als wir oder die im Status dabei sind, vorbeizuziehen an uns. Ja, also Status im Sinne von innerem Status, den sie haben, durch die Art und Weise, wie sie auftreten und wie sie denken und äußerer Status durch die Begebenheit, wie viel Geld sie haben, wo sie wohnen, mit welcher Frau die zusammen sind, was die für eine Uhr tragen, was die für ein Auto fahren und so weiter. Dass wir uns generell davon eher bedroht fühlen natürlich. Du kannst es aber auch umdrehen und dich eher inspiriert fühlen davon. Statt dich zu vergleichen mit diesen Menschen und dich bedroht zu fühlen und jetzt zu denken, du musst irgendwie nachziehen oder du musst denen Paroli bieten, musst du dich nicht mal für diese Menschen freuen. Du kannst dich einfach inspiriert fühlen und denken, wow, cool, da kann die Reise hingehen, geil, da möchte ich auch noch hin oder da möchte ich gar nicht hin zum Beispiel. Und einfach mal diese Wertungen wegzulassen. Und wenn du selber anfängst, nicht mehr andere zu bewerten, dich nicht mehr von anderen bedroht zu fühlen, nicht mehr anderen nichts zu gönnen und nicht nur wohlgesonnen zu sein, dann fängst du auch an, dass es dir deutlich egaler wird, was andere von dir denken, halten oder was da konkret passiert. Und vor allem, wenn du den Fokus auch viel mehr auf dich richtest und die paar wenigen Menschen, die dir wohlgesonnen sind, die dich unterstützen und mit denen du richtig nach vorne gehst und Gas gibst. Und dann verlierst du auch die Angst vor Niederlagen, vor allem wenn du häufig genug mal Niederlagen erfahren hast. Und sie kommen, früher oder später und das ist auch völlig okay. Und am Anfang nimmst du sie als harten Schlag mit und du bist niedergeschmettert und du hast keinen Bock mehr und du denkst dir, um Gottes Willen, ich habe Angst davor, dass das nochmal passiert. Aber irgendwann verstehst du, dass es dir auf einmal nach dieser Niederlage besser geht als davor. Das heißt, jedes Mal, wenn mich jemand verarscht hat oder mir jemand Geld schuldet oder irgendein Lounge nicht geklappt hat, ein Kunde abgesagt hat, eine Freundin Schluss gemacht hat, irgendwas nicht so geklappt hat, wie ich es wollte, sehe ich rückblickend, dass es mir spätestens sechs bis zwölf Monate danach tausendmal besser geht als davor. Das heißt also, ich habe verstanden, dass jede Niederlage, jeder Fehlschlag massiver Erfahrungs- und Wachstumsprozess ist, der mir dabei hilft und dafür sorgt, dass es mir danach signifikant besser geht als davor. Und wie geil ist diese Erkenntnis bitte. Und diese Erkenntnis kannst du nur machen, wenn du diesen Prozess einmal durchgehst. Ja, so, an der Stelle wünsche ich dir ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg dabei, zu der besten Version deiner selbst zu werden. Und der schnellste und einfachste Weg, das hinzukriegen, ist es, wenn du ein geiles Umfeld hast von Menschen, die dich supporten und die dir Vertrauen und Glaube einflößen und natürlich auch, du eine Community hast von Menschen, die mit dir den gleichen Weg gehen. Und genau diese Community haben wir mit der Social Media Agentur Academy geschaffen. Das ist unser hauseigenes Programm, in dem wir Leuten zeigen, wie sie mit ihrer eigenen Social Media Agentur bis zu 10.000 Euro im Monat und noch mehr verdienen können. Und das komplett frei von überall aus auf der Welt aus, ganz egal, was sie aktuell machen oder welchen Erfahrungsstand sie haben. Und du hast die Möglichkeit, dich zu bewerben und natürlich Teil unserer Community zu werden und mit 400 anderen Leuten deine Erfolgsgeschichte zu schreiben, indem du unten den Link in der Beschreibung klickst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass den ganzen Daumen nach oben da. Kommentier doch unten einmal, was deine größten Fehlschläge bisher waren und wie viel besser es dir danach ging, was deine Learnings daraus waren, wie viel Tolles du daraus mitnehmen konntest. Teil dieses Video unbedingt mit jemandem, der ein Angsthase ist und deshalb nicht vom Fleck kommt, weil er Angst davor hat, Niederlagen oder Fehlschläge hinzunehmen. Abonnier diesen Kanal und aktivier die Glocke, damit du auf keinen Fall das nächste Video verpasst. Und an der Stelle freue ich mich riesig darauf, dich nicht nur in der Social Media Agentur Academy zu begrüßen, sondern dich im nächsten Video zu sehen. Das war es von mir, dein Nick. Bis dann. Ciao. Das war es von mir.